Wie man in BigBlueButton Gruppenräume einrichtet Als Moderator habe ich die Möglichkeit, mit Gruppenräumen, ehemals Breakout-Sessions, zu arbeiten. Hierfür ist es sinnvoll, dass ich den Gruppenarbeitsauftrag auf einer Folie veröffentliche und dann über das Zahnrad-Icon rechts von der Teilnehmerliste die Gruppenräume erstelle, ich kann modifizieren, wie viele Räume ich haben möchte, maximal acht, wie lange diese Gruppenarbeitsphase dauern soll. Ich kann das Feld auch freilassen, um die Offenheit zu haben und dann kann ich die Zuordnung vornehmen, entweder zufällig per Button oder ich ordne per Track & Drop zu. Als Teilnehmender sehe ich dann ein kleines Pop-up. Möchten Sie den Raum betreten, den Gruppenarbeitsraum? Ich komme als Teilnehmer, Teilnehmerin in den Echo-Test, weil ich neu mein Audio verbinde. Es sammeln sich dann in den Gruppenräumen die unterschiedlichen Teilnehmer, je nachdem, wie ich sie zugeordnet habe. Die können hier mit Moderator-Präsentator-Rechten zusammenarbeiten, den Chat nutzen, die geteilten Notizen nutzen. Ich sehe selber in der Übersicht, also im Hauptraum, wer sich in welchem Raum befindet. Ich sehe auch, wer noch nicht dem Raum beigetreten ist. Nach einer Zeit haben sich aber alle in den Räumen zusammengefunden und ich kann das an diesen kleinen Nummern-Icons sehen, wer in welchem Raum ist. Als Präsentator habe ich immer die Möglichkeit, mich in diese Räume hinein zu begeben. Entweder durch ein Audio, hierfür brauche ich ein aktives Mikro und dann kann ich in den Raum hinein sprechen. Ich habe die andere Möglichkeit, den Raum komplett zu betreten. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster und ich bin eben wirklich in dem Raum, kann beispielsweise auch den Chat nutzen und kann die Artefakte einsehen. Die Teilnehmenden sehen oben die verbleibende Gruppenraumzeit, da läuft die Uhr ab. Sie werden dann auch noch einmal gewarnt, kurz vor Ende der Gruppenarbeit. Man muss aber den Teilnehmenden kommunizieren, dass sie die Artefakte, die sie in diesem Raum erstellen, sichern müssen. Sobald die Gruppenarbeitszeit nämlich zu Ende ist, werden diese Gruppenarbeitsräume auch hart geschlossen. Dann sind sie also nicht mehr zu gebrauchen. Ich habe auch die Möglichkeit, wenn Personen verspätet in das Seminar, in die Webkonferenz kommen, dass ich sie dann immer noch einlade. Hier haben wir den Fall, dass eine Person verspätet kam. In dem Moment habe ich die Möglichkeit, per Gruppeneinladung diese Person auch noch einem Raum zuzuweisen. Und dann kann sie eben auch, wenn sie am Anfang bei der Gruppenaufteilung nicht da war, noch einem Raum beitreten. Zum Ende der Gruppenarbeit treffen sich dann alle Teilnehmenden wieder im Hauptraum. Entweder, weil die Gruppenarbeit manuell beendet wurde durch den Moderator oder die Zeit in den Gruppenräumen abgelaufen ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017